Wenn du dich alleine fühlst, ohne jede Zuversicht, wenn du innerlich verkühlst und du glaubst, die Menschen meiden dich, wenn du dich fragst, warum du lebst und du darauf keine Antwort hast, wenn du auf eine Party gehst und alle anderen außer dir haben Spaß, hat dein Lachen dich verlassen und deine neue Freundin auch. Jetzt ist der Moment, wo du jemanden zum Reden brauchst. Komm bitte nicht zu mir, komm bitte nicht zu mir, komm bitte nicht zu mir. Wenn du ohne Hoffnung bist und du ganz tiefe Sehnsucht spürst, du ein wenig Zärtlichkeit vermisst, weil du nicht mal mehr dich selbst berührst, bist du manchmal depressiv, weil der Alltag dich so quält und geht dir was andauernd schief, du kommst nicht aus deinem Dauertief. Ist dein Konto überzogen, weil du immer nur mit Karte zahlst, dir steht wieder einmal das Wasser bis zum Hals. Komm bitte nicht zu mir, komm bitte nicht zu mir, komm bitte nicht zu mir, komm bitte nicht zu mir. Jetzt mal nichts vor Ungut, sag mal. Steht auf meiner Stirn geschrieben, komm zu mir und erzähl mir deinen gesamten Psycho, Müll und Seelenschrott und ich koche dir eventuell noch einen Tee und serviere dir Plätzchen. Steht das da? Wenn du ein Lotto-Gehür gemacht hast und eine Erbschaft, dann kannst du gerne bei mir vorbeikommen und ich helfe dir bei meinen Sorgen der Kohle. Ansonsten, wenn es dir mal nicht so gut geht, habe ich einen kleinen Rat für dich, ist total einfach. Immer besser drauf kommen. Ich habe genügend Silberzeug am Laufen, wenn es jemand haben wollen würde, könnte ich es verkaufen. Wenn du denkst, du kannst mir was erzählen, geh deinen Therapeuten quirlen. Komm bitte nicht zu mir, komm bitte nicht zu mir. Komm bitte nicht zu mir, komm bitte nicht zu mir. Ich gehe nicht an die Tür, Ihr lasst keinen hoch zu mir. Ich wohn schon lange nicht mehr hier. Komm bitte nicht zu mir. Komm bitte nicht zu mir. Ich gehe nicht an die Tür. 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 Vielen Dank.